hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge house flipper ja wir werden natürlich fortsetzen und mal gucken dass wir noch ein paar aufträge machen und dann schauen wir mal weiter so machen wir erst mal ja was machen wir dann auf jeden fall noch mal das zu ende du musst noch 15 drin im vorschau ok es kann ja noch nicht ganz fertig sein so da ist nichts bestimmt so eine steckdose oder was ach es auch egal ich werde mal hier ein bisschen umstellen also hier ist nix so was soll ich denn hier anstellen oder montieren so da wisse ich jetzt nicht muss ich aber noch mal durchgucken so kann man hier ist es so kann man ein bisschen hier hin so ach da haben wir das doch war das hinter dem bild versteckt lol auch nicht schlecht so haben wir das problem ja gefunden so so gut gut ist das problem in diesem kinderzimmer erledigt so gehen wir hier raus und da haben wir auch das andere problem gefunden so zack dann kommt das da rein und das da so zuschrauben natürlich das ran so jetzt kann ich den auftrag auch beenden sehr gut so so tony x hallo ich habe ein haus von meiner großmutter geerbt und meine frau ist im siebten himmel sie liebt dieses klassische oma stil liebete ihn zwar weniger aber was sollst man muss das haus ein bisschen aufräumen und einige mögen auswechseln und ein stück wand zwischen wohnzimmer und küche entfernen haben wir schon dass sie oben herrscht wird dass sie oben herrschen wird und dass ich mir den keller herrichten werde ich hätte so gern ein tolles spielzimmer wäre prima wenn du es mir ausstatten können könntest du weißt schon so tipptopp ein mega pc monitor ein quäne so war ich zähle auf dich hier das können wir gerne machen vielleicht mache ich den garten auch noch irgendwie aber wichtig ist erst mal das so also hier scheint nichts zu sein hier keller so können wir natürlich weg machen so so habe ich gemacht ach du schräg so natürlich alles weg so 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 auch schon mal weg rein in die verschmutzung ok kann ich machen so 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 wie ich das auch machen kann so wie er das gerne möchte so so zack grau und nebel oder grauer nebel ok ok so jetzt gehen wir erstmal jetzt gucken wir erstmal so 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 dann mal grau so 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 grauer Nebel, da, so, machen wir das wieder so, so, genau, die Hälfte nur und dann passt er schon, so, also meine Farbe wäre das nicht, aber jetzt gibt es der Geschmäcker, so, dann haben wir das auch schonmal, so, oh, das sieht doch schonmal gut, ich bin ja dann immer froh, wenn ich die Aufträge schaffe, eventuell, vielleicht mache ich auch noch diesen Gartenwettbewerb, mal schauen, so, das habe ich dann auch erledigt, so, dunkles Majapuja, okay, dunkles Majapuja, okay, dunkles Majapuja, okay, 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 so, Bodenfliesen zu legen, Fußboden, dunkles Majapuja, okay, ja, wenn ich das finden würde, ja, dann könnte ich das machen, okay, okay, so, okay, okay, so, 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 Schreibtisch Ecke des Künstlers. Schreibtisch Ecke des Künstlers. Schreibtisch Ecke des Künstlers. So, noch eins. So, vielleicht hier so. So, Tastatur Pushi mit Hintergrundbeleuchtung. So, Gaming Mouse. So, habe ich auch. So, Couch. Nein, das nicht. So, Reflections. So, noch eine. Okay. So. 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 Oh, die zerstört werden muss. Zack. So. Und zack. Einmal weg. So. Hab ich gemacht. So. Okay. Okay. So. so muss er denn hier noch verschmutzen so das tue ich kurz mal hier hin das muss sein Ecksofa Kana da ist das so so würde ich das dahin in der Fernseher so so jo habe ich gemacht das kann hier schniffen ein double bet elegans so da ist es jo sehr gut jo mal sehen was wir noch machen so dann schauen wir gleich mal mal schauen mal schauen ob wir es jetzt mal machen oder nicht so so wir so so das kann bleiben ja ja wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch einen daumen nach oben und ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren und vergisst nicht unten rechts die glocke zu aktivieren damit ihr auch nichts verpasst von mir und immer bescheid wisst wenn was neues kommt bis zum nächsten mal ciao ciao